Wir fliegen immer höher Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen Wir müssen den Kampf bestehen Unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen Inschallah, hey Inschallah Gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir Bald hast du dein Ziel erreicht Inschallah, hey Inschallah Öffne dein Herz, du hast die Macht, alles zu tun Ich weiß, du kannst es schaffen Inschallah, hey Inschallah Spürst du die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt Sie führt dich zu den Dragon Balls Schallah, hey Schallah Dein Traum wird irgendwann wahr Doch der Weg ist auch so weit Moin sind meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dragon Balls Parking Zero Ja, wir sind im Universal Arc angekommen Und ja, schauen da mal rein Na, na, achso Das längert wirklich Ja Mhm Danach bringt Son Goku den Seno aus der Zeit von Future Trunks, der mit ihnen geblieben war Als ganz besonderer Freund zu seinem eigenen Seno Da die Senos noch mehr Spannung brauchen Schlägt Son Goku ein Turnier zwischen den größten Kriegern des Multiversums vor Bei diesem Turnier der Kraft gewinnt das Siegerteam einen Wunsch mit Hilfe der Super Dragon Balls Während die Universen aller anderen Teams vernichtet werden Außerdem gibt es eine Vorrunde Bei diesen Schaukämpfen treffen Son Goku und die anderen auf die furchterregende Toppe aus Universum 11 Nach den heftigen Schaukämpfen haben die Senos große Erwartungen an das Turnier der Kraft Son Goku und die anderen kehren zur Erde zurück Und als das Turnier der Kraft näher rückt, machen sie sich auf die Suche nach Wettbewerbern Okay, wen soll ich wählen? Ähm Henshinhan Majinbu C17 Okay Ist es dann, äh, Gohan, der den holt, oder was? Ähm Na gut, komm Wir gehen mal gucken U ist gerade dabei, verbissen mit Mr. Satan zu trainieren, als sich Son Goku nähert Gut, er das Turnier der Kraft kaum erwarten kann und Son Goku nehmen Mr. Satas Vorschlag an und kämpfen zum Kräftemessen miteinander Ui, aua Uuuh Was machst du? Äh Warum kann ich mich eigentlich nicht teleportieren? Was soll der Mist? Warum kriege ich eigentlich immer auf die Fresse? So ist das, ne? Was ist denn Feuer und Flamme? Geht jetzt nicht mehr Ja, hat er super getroffen Hast du ja ganz toll gemacht, Goku Uuh Uupala Aua Kann ich eigentlich nicht, äh, mich teleportieren? Nein Jetzt will ich ihn aber treffen Warum, ach, was soll denn das? Das ist unfair Ey, warum kann ich das denn nicht? Jo Einfach mal ein Sekündchen warten, dann passt das schon Halt, halt doch mal an Ich will doch einfach nur mal damit treffen, Mann Na, endlich Was? Oh, jeden verhauen Was ist denn das hier? Feuer und Flamme Oh Oh, nein Ah, ich würde das doch nicht schon wieder machen Ich würde eigentlich das andere Kamenamera ausprobieren So, okay Aua Oh, was machst du denn? Oh, was machst du denn? Ach, puh Ach, puh Was ist denn hier los? Ja, nee, ist klar Muss ich schon wieder verlieren Oder was? Ja, ist klar Du mich auch Als wäre ich da jetzt so an ihm vorbeigerast Okay, ich kann ihn anscheinend nicht niedermachen, oder? Geht das nicht? Okay, ich treffe ihn Okay Das war ja Das war, äh Ja, ganz komisch Ich durfte ihn nicht fertig machen Außer jetzt mit der Genki-Dama Nachdem er sich umgehört hat Versammelt Son Guku schließlich 10 Kämpfer Einer von ihnen ist jedoch Eine ziemliche Schlafmütze Ich meine dich, Bu Mr. Sata teilt Son Guku mit Dass Bu wahrscheinlich nicht so bald aufwachen wird Also muss Son Guku einen anderen Kämpfer finden Okay Jetzt muss Son Guku seine Freunde von der kontroversen Idee überzeugen Frieza aus der Hülle zu holen Um am Turnier teilzunehmen Frieza stellt die Bedingungen Dass sie ihn, wenn sie siegreich sind Und ihr Universum retten Mit den Dragon Balls vollständig wiederbeleben Son Guku stimmt seinen Bedingungen zu Die neu zusammengestellten 10 Krieger aus Universum 7 Befinden sich in der In der Tournee der Kraft Arena Im Null Bereich und warten darauf loszulegen Okay In Universum 6 kämpft der Auftragskiller Hit Der auch zum Turnier der Zerstörer teilgenommen hat Der Zerstörer An der Seite von Frost und einigen Saiyajin Kriegern Universum 11 tritt mit dem eindrucksvollen Toppo Der im Schaukopf dabei war Und Jiren an Der umfassende Fähigkeiten zu besitzen scheint Und so haben sich mächtige Krieger aus den ganz anderen Universen An einem Ort versammelt Boah! At last the Arena is finished And the teams from all competing universes are here We will now hear some words of welcome from the Omni-Kings themselves Thank you all! This will be so fun! We've been looking forward to this very much So fight well and give us a good shout! Poetry, thy name is Sinnoh Thank you, your majesties For those who neglected to pour through the rulebook assiduously I'll lay out the basic guidelines The battle will last 100 tacks It's roughly equivalent to 48 earth minutes Special techniques are allowed But the use of weapons is prohibited As are any lethal attacks or maneuvers You must throw your opponent off the ring to win Lastly, regardless of how wounded you may be The use of restorative Implements is expressly forbidden And that concludes our review of the rules Let the tournament of power begin! All right, hope you're ready! It's Goku, right? I've been wanting to talk to you Ach ja? Das ist aber nicht reden Das ist, äh, du willst mich verkloppen Aua! Puh! Show us how And we'll thank you by using it to beat everyone here Starting with you! Ha! Ah, meine, 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 meine Musik Ich liebe dieses Lied Hallo, hör doch mal auf hier jetzt! Hallo? Er ist nur am rumfliegen hier, wie ein Beklopter Hörst du mich mal? Ja, nee, ist klar Was soll denn das? Warum gehen immer alle aus dem Weg? Okay, sie ist weggefliegt Na, jetzt aber Habe ich aufs Maul Äh Das darf doch einfach nicht wahr sein Ja, ich habe mich einfach weggemacht Mädchen, du bist anstrengend Fuck mich doch nicht ab, Mann Habe ich sie erwischt? So wie es scheint, ja Aber ich hätte sie hier mit gerne erwischt Ja! Don't worry, I'll back you up! I hate to ask, but this is our fight Can you stay out? I'm sorry Heavy So, was habe ich denn hier? Ultraschall-Explosion Okay Ja, nee, ist klar Tschüss Hallo, reicht Kuckuck, hör auf jetzt Mein Gott Okay Ah, ich bin kaputt Ganz toll Ganz toll Jetzt kannst du mich erst mal vermöbeln Und ich kann nichts machen Okay, okay Ja, ist ja gut Boah, das ist ja ein richtig mieses Ding Wenn man dann einmal aus der Übung ist So, verschwindet Ja, ich gehe doch schon Jetzt kriegst du den nochmal Boah, ich bin fast erledigt Hör doch mal auf zu fliegen Boah Geht mal weg Okay, ich bin erledigt Muss das so sein, oder? Nein, muss bestimmen Ja, guck mal, wiederhol Hat er jetzt zum Schluss Hat es mir aber richtig gegeben Die Alte Hey Darf doch einfach nicht wahr sein, oder? So Hallo Walsche Richtung Hey So, jetzt aber Komm schon Ja Ja So, dann komm mal los Okay, erwischt Damit treffe ich jetzt eh wieder nicht Die ist viel zu weit weg Ja Oh ne Oh oh Aua, aua, aua Okay, ich habe gerade keine Energie zum Kämpfen Boah, alte Hexe Ah, wie ist das denn mit dieser blöden Ausweichdings hier Das darf doch einfach nicht wahr sein, oder? Sie hat mich schon wieder erledigt Boah Ich steck doch nicht die Schwierigkeit Was ist los? Bin doch kein Lappen Boah Ach, war Oh Oh Okay, schuig das Iita Ja, nee, ist klar. Natürlich. Wie soll's denn auch anders sein? Ja, nee, ist klar. Ist klar. Oh, oh. Hier treffe ich sowieso nicht. Ja, hast du gesehen? Boah, es darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Oh, oh. Nee, ist klar. Ist klar. Blöde Hexe, Alter. Weil ich fand Kauliflammer gut. Oh, nein. Ah, doch, ich. Haha. Ich muss schnell wieder aufladen, weil die... Voller kommt direkt wieder. Huch. Das war nicht so geplant. Eigentlich nicht. Boah, Alter. Alter. Oh, oh. Oh, nein. Ja, war ja noch klar, dass ich wieder einen abkriege. Ach, stimmt nicht mit der Alten. Was macht die da? Die hängt irgendwie fest. Kann das sein? Natürlich. Na klar. Die soll's doch anders sein, nicht wahr? Ja, mach du mal. Treff ich sie jetzt. Nee, natürlich. Okay, okay, ja, du hast ja recht. Nervt mich doch nicht. Oh, ich bin schon wieder hin. Alter Falter. Okay. Erfahrung, ja, das hilft mir auch nichts, wenn ich schnell dich verliere. Was soll ich denn mit der Erfahrung dann? Ja, Mann. Wie? Geht das? Ja, ist klar. Ist klar. Ich bin auch noch nicht fertig. Na, treff ich? Nö, natürlich nicht. Wie soll's auch anders sein? Ah, sie wollen anscheinend auch grad angreifen, so wie sie da rumfliegt. Ja, hier geht's. Okay, komm, die treff ich. Hier hängt er fest. Ja. Ja, Goku, freu dich nicht zu früh. Das ist, äh... Das ist nur eine kleine Momentaufnahme. Die macht dich gleich wieder fertig. Du hast keine Chance. Guck, guck, guck. Geht das schon wieder los hier. Sie kommt angeflogen. Oh, nee. Ah, doch, ich treff sie. Huh. Ja, das ist echt mies, ist das, Alter. So. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. So. Na, endlich. Na, kann man. Jetzt flippt Kaylee aus. Oh, nein, bitte nicht noch. Ein Kampf hinterher. Okay, danke. Okay, meine Freunde. Äh, ja, das war's dann erst mal. Äh, ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bevor, äh, Kaylee jetzt hier komplett ausrastet. Und ich noch 15 Mal verliere gegen diese Irre. Also, wenn's euch gefallen hat, trotz meiner ganzen Niederlagen, äh, würd's mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Äh, einen Daumen nach oben gebt. Einen Kommentar drunter klatscht, wie ihr das findet. Ob ihr das Spiel auch spielt, wie geil ihr das Spiel findet. Und, und, und. Ähm, ja. Und das Abo natürlich nicht vergessen, ne? Damit ihr auch die nächsten Folgen sehen werdet. Bis dahin. Macht's gut, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und, ja. Ciao.